Hallöchen! So, wir haben jetzt mal eine kleine Planänderung. Wir werden erstmal kurz gucken, dass wir unsere Waffen, oder was auch zu viel haben, verkaufen. Dann, wenn wir das hinter uns haben, dann gehen wir zu Reis, auf das Dach des Gebäudes. Mal gucken. Weil sonst haben wir nicht alles voll hier und können nichts weiter looten. Juhu! 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 Ah, genau, da muss ich auch nicht wieder hin. Mal hier mal zu den Stromleitungen. Juhu! 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 períodoister Entendung. Und irgendwo da hinten muss ich fast sein. Ich hab ein Feuerschlottetiert, ok. nicht ja gern schalldämpfer mit der person herzustellen das verkaufen ein polizeigewehr kann ich verkaufen ich brauche keine zwei Du wirst nirgends etwas besseres finden. Du wirst nirgends etwas besseres. 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 Achisäbel. Es ist Pickel. Sieht gemütlich aus. Ringpfeiler hat er so. Du wirst nirgends etwas besseres. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Du wirst nirgends etwas besseres finden Da wird alles da! Du wirst nirgends etwas besseres finden! Dann machen wir das weg! Du wirst nirgends etwas besser werden! Du wirst nirgends etwas besser werden! Du wirst nirgends etwas besser werden! Du wirst nirgends etwas besser werden!